So, was haben wir denn? Ja, alles! Flossen, eh, oder sowas. Fahrbau geht da hinten längs. Wir müssen noch mal nähren. Da kommt schon raus. Schlockensee. Die beiden wären jetzt drei Stock. Und der erste hat 2014. Ja, nette Leute hier. Reihenhäuser ab hier. Schlockensee. Alles noch so wie früher. Dann geht's hier jetzt so an. Wie von 70. Wie von 70. Abenteuerlich. Und das ist ein Schuss. Wann werden wir sagen Schuss? Vielen Dank.